Bei uns ist Menschlichkeit das größte Kapital. Erfrischend anders und mit Leidenschaft sind wir dort zu finden, wo sich viele Unternehmen schon lange zurückgezogen haben. Nah am Kunden und in über 100 Filialen. Wir sind Kap, der Lebensmittelpunkt. Ein Leben ohne Barrieren zu ermöglichen, ist unser vielleicht größtes Anliegen. Barrierefreie Märkte, begleitetes Einkaufen und Lieferservice sind für uns selbstverständlich. Wir können mit den Kindern direkt nach dem Kindergarten hier einkaufen gehen. Es gefällt am Kap-Markt der Sortiment. Kap steht für Lokalität. Das bedeutet Frische und Qualität unserer Produkte, kurze Transportwege, Nachhaltigkeit, sowie die Unterstützung unserer Nachbarn und Freunde. Mit einem umfangreichen Sortiment, täglich frischem Obst, Gemüse und regionalen Produkten inspirieren wir unsere Kunden. Durch persönliche Betreuung und ein immer offenes Ohr sind die Kap-Märkte, Kommunikationspunkt und Anlaufstelle der Begegnung. Denn sei es als Kunde oder Kollege, Menschen mit Handicap einen normalen Alltag zu bieten, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Coole Arbeitskollegen, wir halten zusammen, wenn es drauf ankommt. Ich habe Freude an der Arbeit, nette Kunden hier. Es macht Spaß hier zu arbeiten. Bei uns wird jede zweite Arbeitsstelle von Menschen mit Behinderung besetzt. Und was bekommen unsere Kunden davon mit? Normalität. Denn genau dies ist gelebte Inklusion. Wir leben Inklusion. Denn wir lieben Menschen. KAP – der Lebensmittelpunkt Gut, der Lebensmittelpunkt